Das ist die Yvonne. Ja, Yvonne. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, du bist heute zum ersten Mal und das ist eine große Ehre für uns, dass du extra aus Zussendorf zu uns gekommen bist. Ja, freut mich auch sehr. Ja, und wir werden dich nicht enttäuschen, gell? Sehr schön. Dann zeigen wir, wie es geworden ist, okay? Ganz ruhig. Kann ich umdrehen? Sehr schön. Richtig hübsch geworden. Wir haben Nummer 4,30 genommen und Nummer 4. Die zwei Farben haben wir genommen. Und das steht ja richtig gut. Wir haben lange Länge genommen. Du kannst sie so tragen oder halt auch nach oben. Genau. Ja. Ich habe Video dafür gemacht. Du kannst so reinschauen, gell? Mach ich. Dankeschön. Viel Spaß und danke, dass du extra zu uns gekommen bist. Ja. Wie hast du uns eigentlich gefunden? Ja, im Internet. Oder warum hast du uns ausgezogen? Ich habe eine Paarverlängerung gesucht und bin ganz schnell auf euch gestoßen und habe ich mir gedacht, den Weg nimmst du in Kauf. So tolle Bewertungen, so tolle Videos, das machst du. Also von Düsseldorf nach Leimgarten. Schön. Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank. Habt viel Spaß. Dankeschön. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ja. Bis nächstes Mal.